Geht, ne? Schnell! Oh, guck mal! Oh, ich kann noch nicht springen, verdammt! Ich brauch'n bisschen mehr Energie! Bisschen, 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 bamm, bamm, bamm! Zwei, eins, juhu! Ich hab mich mal weggedeckt. Mach es! Ich hörte vielleicht bei den Leuten mal wie sie zusammenziehen. Was habt ihr eigentlich da hinten so alleine kämpft? Den einen Krieger oder was? Oder den Benator wegschubst. Die Flammbärer. Für die Flammbärer wegschubsen ist es so. Ja, ich seh's gerade. Die Miete. Mit dem Flammbärer wegschubsen, ey. Das ist doch wesentlich. Das passt irgendwie nicht zusammen. Ja. Das passt in meinem Kopf nicht zusammen. Das sind Sachen, die gehören einfach gar nicht hin. Das sind Dinge von denen, Frau Hoffmann. Das sind alle. Das ist du auch zu singen, verdammt! Scheiße, ne? Schon wieder. Ja. Das ist bestimmt auch irgendwie so weit. Nein! Setzt dich weg, verdammt! Ey, einer ist fast doof. Mach den Greifhaken, Rojo. Ne, kann ich nicht. Keine Energie mehr. Er sagt, du kannst du die Granat geschmissen. Das macht aber auch Spaß hier, oder? Das macht aber auch Spaß hier, oder? Einfach alles umziehen. Der klingt schön wie vor. Da kann ich die unsere Leute wieder härter machen. Ah, der unterdrückt mich. Ich muss da reinjumpen, so wenn ich's kann. Der unterdrückt dich. Ja, da hinten die Tyraniden eigentlich. Ich glaub ich hab die jetzt erwischt, oder so. Ja, woher hingestanden? Wer? Wieso? Diese Haustür war quer mit deinem Greifhaken, glaub ich. Ich hab eigentlich davor. Hast du? Einiges sind davor, und der ist aber einiges dahinter sind hier gelandet. Oder der greift mit den Haken dahin, wo du hinzeißt. Ja schon, aber... Niemand darf der Opferung entkommen! Ja, dann fliehst du immer weiter. Er will moschen. Grüßen sie den Chaos Champion, na denn du. Den hab ich nicht fest. No! Alter, ich hab jetzt auch Pfeil gegeben zwischen ihm und den Chaos Champion. Geil. Er kennt echt nicht. Wow. Die Wiener Tor machen sich grad weiter. Guck mal kurz hin außen. Tschüss. Hey, meine Truppen haben's ja, halten's ja alles locker aus hier irgendwie. Ich seh bloß, du hast den Chaos. Ja, ach der ist nicht meine Truppen. Oha. Der Herr Nagel. Moment nochmal. Spieloption. Geräuschlautstärke ist jetzt ein wenig hoch. Trotz jetzt. Oder ach nee, das war die Musik. Ja, tut mir leid, das kann man ja mal verwechseln. Ja. Komm, ich belebe ihn wieder. Ihr kommt so vor, als hätt... Ich hab die Musik leise gemacht, aber mir kommt so vor, als wenn ich irgendwie lauter gefunden hab. Oh, jetzt geht er ins Gebäude anstatt. Ja, warte ich. Okay. So macht man da. Was macht der da? Das gefällt mir nicht. Wow. Och, das küsst du ab. Na, denn ist gut. Ich hab schon gedacht, ich krieg den ab. Ich hab gedacht, ich krieg den ab. Ich hab gedacht, ich krieg irgendwie so komisch wieder. Guck mal, wie er down geht, man. Wie er down geht. Machen wir das noch hinterher? Passt hinterher. Komm, mach deine Kopfnuss. Komm, mach deine Kopfnuss. Oh, Steinfaust, mach Kopfnuss. Steinfaust? Steinfaust? Steinfaust! Steinfaust, mach deine Kopfnuss. Steinfaust! Oh. Da wappen. Mann. Da ist die schlimmste Rüstung. Die ist lila. Ja. Die haben jetzt relativ gute Rüstung hier gekriegt. Dann halten die noch mehr aus Räume. Oh mein Gott. Ja. Das ist schön. Ja, hahaha. Das ist so geil, irgendwie. Der Mann ist so. Mit dem Dreipaar kommt das hier rum. Wieso haust du da auf deinen Haken lang, ey? Steil. Ja, ist schon. Jetzt nochmal. Oh, wir haben bloß eine Hülle. Ah! Scheiße. In der anderen Richtung, oder was? Wow! Du bist stark. Du bist stark. Pass auf, wir verlieren jetzt deshalb. Ja, na klar. Nur deshalb. Oh, verloren. Aber, ich würde sagen, mit den Tyranninen waren wir deutlich schneller, aber es hat definitiv mehr Spaß gemacht. Lämmende Stickbombe. Die hört sich gut an. Alter, 90 Rüstung und einmal mit 66 Rüstung. Oh, der Trophäenständer ist gut. Was macht der? Versetzt Feige in Schrecken und senkt so ihren Schaden. Boah! Das ist gut, ne? Das auch gegen Fahrzeuge hilft. Weiß ich nicht. Ich schätze mal alle, oder? Unterdrückt die das? Ne, das macht es einfach nur, dass die weniger Schaden machen. Denke ich mal. Aber, irgendwie macht der Bildschirm hier bei mir nicht weiter, nur das ist bis jetzt. Oder so. Cutscene. Cutscene habe ich noch gar nicht. Ja, aber... Wieso hast du die? Wieso habe ich die nicht? Ich weiß es nicht. Wieso habe ich keine Cutscene? Ich will die auch. Jetzt habe ich die. Das ist hier die Bombe. Es liegt in der Natur des Menschen in Zeiten der Tragödien, die Schuld zu suchen. Es ist ein Zeichen der Stärke, sich gegen das Schicksal aufzulehnen, anstatt den Kopf hinzuhalten. Unausweichlich werden viele die Hände auf dem Schwert, das Typhon Felte beschuldigen. Den Ordo Malleus. Aber die Inquisition erfüllt nur ihre Pflichten. Sie zu fürchten ist überflüssig. Sie zu hassen. Ketzerisch. Jene, die aufmerksamer sind, werden die Verantwortung bei denen suchen, die die Hände der Inquisition gezwungen haben. Mit etwas Glück werden sie diesen Hass in Hingabe umwandeln und ihr eigenes Schicksal verändern, indem sie in die Tragödien, in die Dienste des Imperators treten. Ja, letztendlich war ich es, der diese Ereignisse in Bewegung gesetzt hat. Mit einem einzelnen Schlag gespürt. Oder wolltest du die Wommel haben? Hä? Wolltest du die Wommel haben, oder? Nee, nee, nee. Okay. Gericht der Kadaver ist jetzt frei. So, was haben wir denn hier? Hier 90. So, was macht die? Schufe ist er. Rocho, welche Bossstange soll ich nehmen? Die, die weniger Schaden gegen die anderen macht, ne? Oder die andere, die ich jetzt schon hatte. Unterdrückungswiderstand und gesteigerte Gesundheit für Verbündete in der Nähe. Naja, ist ja wohl klar, dass du sie drin lässt. Ja. Nicht mit weniger Schaden? Nee. Mit mehr Gesundheit. Okay, mehr Gesundheit. Und Unterdrückungswiderstand. Oder macht die Rüstung 100%? Nee, macht sie nicht. Nö, plus 23% Nahkampsche. Dann kannst du dem anderen harte Rüstung geben, oder was machst du? Ja. Ja, mach ich gerade. Harte Rüstung, ja. Dann kannst du dir das auswählen. Ja. Komm schon, ein Mitglied zählen, klar. Vom Eidi sind alle besser als die. Du hast, ne? Auch die Nagelhöhren haben. Wo die ganz gut ist, weil die Verkampfschaden machen. Aber, aber, nee, komm mal die andere, die jetzt drin ist, ab plus fünf Rüstung mehr. Dann kannst du was drin lassen. Ja. Genau, ich, ja. Ey, guck mal. Ich bekomme, es kann die Wumme nehmen. Welche? Die ich Nagelhöhren vorher hatte. Ah. Guck doch, habe ich gerade gemacht. Hm, geht. Vielleicht kann ich die denn nehmen. Was hat er dann für eine Fähigkeit? Abknallen. Testen sie einen Feuerhaken für Ursachen, die damit schaden und werfen die Feinde zu Boden. Willst du mal so probieren? Das ist cooler. Ah, was er auf dem Rücken hat, Alter. Was hat er denn auf dem Rücken? Achso, die wollte ich Granaten. Ganz gut. So, dann machen wir erstmal Schluss hier jetzt, ne? Ja. Vielleicht heute Abend noch oder so. Mal sehen. Hau mal rein. Mal sehen. Hau rein. Mal sehen. Mal sehen.